Musik In der Kaiserstadt Wien werden klassische Reitkunst und die Hohe Schule seit über 450 Jahren gepflegt. Heute gehört die spanische Hofreitschule zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Zu sehen sind Quadrill, Pas de Deux, Arbeit an der Hand sowie die Schulen über der Erde in höchster Perfektion für gewöhnlich in der barocken Winterreitschule in Wien. Nur selten gehen diese prachtvollen weißen Hengste auf Tournee. In diesem Advent werden die Bereiter ihre kaffeebraunen Empire-Uniformen aber packen. Denn am 17. und 18. Dezember ist die spanische Hofreitschule mit einer Gala-Vorführung zu Gast in der Salzburg-Arena. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017